Hüppe Purano, die flache Duschwanne, die sich jeder Badezimmersituation anpasst. Serienmäßig mit hautsympathischer und rutschfester Oberfläche. Nach dem Öffnen des Kartons wird die Duschwanne auf eventuelle Transportbeschädigungen geprüft. In der Transportverpackung befindet sich eine gut verständliche und bebilderte Montageanleitung. Als erstes werden die Wannenfüße in die vorgesehenen Aufnahmen der Purano Duschwanne geschraubt und mit der Kontermutter gesichert. Anschließend können die Wannenfüße je nach Aufbauhöhe eingestellt und justiert werden. Der Ablauf kann bereits vor der Positionierung der Wanne montiert werden. Dafür wird die Ablaufgarnitur fest mit der Duschwanne verschraubt und der Geruchsverschluss eingesetzt. Die wandseitigen Wannenränder werden mit einem Schallschutzband abgeklebt, um einen direkten Kontakt mit den Fliesen zu verhindern. Mittig unter der Wanne wird der schallentkoppelnde Mittelfuß montiert. Nun wird die Duschwanne passgenau platziert und die Ablaufgarnitur angeschlossen. Der Wannenrand wird mithilfe der verstellbaren Wannenfüße waagerecht ausgerichtet, die Wannenfüße mit der Kontermutter gesichert. Die Wandseiten können nun mit Silikon abgedichtet und das überflüssige Material abgezogen werden. Mit dem Aufstecken des Ablaufdeckels ist die Montage abgeschlossen. Mit der Purano bietet Hüppe eine leicht zu installierende Duschwanne. Erhältlich als Viereck-, Fünfeck-, Halb- und Viertelkreiswanne.